Hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Part vom Hexit Let's Play. Wir haben das letzte Mal hier eine Gegend gesucht, sind hier runter gerannt und haben einen schönen Platz hier gefunden, in einem schönen Biom, schön grün und haben hier einen Garten angepflanzt, sind unten links ins Dorf gegangen und heute kommt der Farming Part. Also der erste war Erkundung, zweite ist Farming, dritte ist Bauen und dann kommt wieder Erkunden, dann kommt wieder Farmen, dann kommt wieder Boah, mal kurz, dann kommt wieder Bauen, dann kommt wieder Erkundung, dann kommt wieder Farmen, dann kommt wieder Bauen und so weiter. Also, damit einfach ganz viel Abwechslung für euch da ist, dass auch es ein bisschen geregelt ist und dass ihr auch immer wieder wünschen könnt. Ähm, ey, wünsche immer Kommentare oder per E-Mail schreiben, wenn ihr also nicht so unbedingt ähm, alles den anderen zeigen wollt und so, dann dürft ihr das, dann kann ich es dann im Let's Play zeigen. Und, ähm, ja, ich freue mich, also es ist, ähm, richtig cool, dass das Multiplayer Let's Play von Hexit so gut angekommen ist und, ähm, leider ist es jetzt einfach nicht mehr möglich, deshalb ist es nach irgendwie sieben Parts leider beendet. Aber dieses Singleplayer Let's Play, da wird immer weitergehen. Das ist jetzt wirklich ein Langzeitprojekt, wo ich nicht aufhören muss, weil Singleplayer geht immer zum Spielen und, ähm, da brauche ich eben den Server auch nicht immer ready haben und dann habe ich die Rohstoffe und alles, die Tempel, das ist schön für mich und ihr dürft natürlich immer zuschauen, immer etwas wünschen, immer etwas vorschlagen, immer, ähm, Spass haben. So, wir sammeln hier ein paar Rohstoffe, für den weiten Gebrauch, vor allem Meteoritstücke müssen wir sammeln, die gibt es unterirdisch, also wir müssen tiefer runter. Boah! So, wir sollten ein bisschen essen, damit wir uns auch wieder heilen können, dass wir uns regenerieren. So, genug Spitzhacken haben wir gemacht, drei Stück, gut. So, das reicht dann mal mit der Kohle. Hier haben wir Kupfer, genau, das ist Kupfer. Ähm, bei diesen Mods wie Tankers Construct und, ähm, Blutmagic oder so, dürft ihr gerne mir auch Tipps versenden. Aber, ähm, ja, äh, sollte schon halt einfach, also nicht irgendwas schicken. Schreibt am besten, was ich genau, wie ich anfangen soll. Es bringt euch nichts, wenn ich, wenn ihr da die besten Waffen für Tinkers Construct oder so raussucht und mir dann sendet, ähm, weil ich noch längere Zeit brauche, um die Waffen überhaupt machen zu können. Ähm, also, ähm, der Start für Tinkers Construct zum Beispiel dürft ihr gerne mir schicken. Da weiss ich jetzt nicht ungefähr, ja, ich weiss es einfach ein bisschen. Und, ähm, das möchte ich schon noch ein bisschen besser können, damit ich da nicht wie ein Esel dastehe und nicht weiss, wie es geht. Ja, und, ähm, ähm, eben alles dürft ihr über Hexit eigentlich mir Tipps geben, wenn ihr wollt. Ähm, ich nehme sie natürlich auch an, wenn ich sie schon weiss. So ist es nicht. Aber, ähm, das Beste wäre natürlich, wenn ich etwas noch nicht weiss und ihr mir da Tipps versendet per E-Mail dürft ihr das, aber auch in die Kommentare natürlich schreiben oder auch Videos senden könnt ihr. Einfach nicht auf Englisch am besten oder auf eine andere Sprache, sondern auf Deutsch. Ja. So, ähm, das Wichtigste an diesem Projekt ist eigentlich dieses Clan-System, das ich auf dem Multiplayer, auf dem Server eigentlich immer mache, ab jetzt. Momentan ist ja Attack of the Beat ihm drauf auf dem Server. Ich mache es im Singleplayer einfach so als Rollenspiel. Es sollte ja auch ein Rollenspiel-Projekt sein. Und, ähm, ich hasse diese Spänne, die ist so nah, habe ich so das Gefühl. Irgendwo da oben. Ähm, das Wichtigste ist einfach, dass ich weiss, also, dass ich die Sachen bekomme, dass ich, ähm, Vorschläge bekomme, welchen Clan denn gerne eine Stadt bekommen soll. Ich kenne mich jetzt da nicht mit vielen Clans aus oder so. Ähm, beschreibt einfach mal die Clan. Also, der Clan, den ihr gerne möchtet. Und ich werde ihn mal anschauen. Die besten Clans kommen natürlich zuerst. Und, ähm, ja, was ihr genau, was ihr genau wollt, und so, das dürft ihr eben wählen. Also, ja, müsst ihr halt beschreiben. Und, ähm, es bringt jetzt nichts, wirklich nichts, wenn ihr Clans, wenn ihr Clans einsendet, die eigentlich richtig unlohnenswert zum ähm, Ding sind. Ich schau da mal ab. So. Sorry, ich muss mich kurz konzentrieren, vor allem auch, weil hier ein Spinnenspawner ist. So, komm, schnell weg. Ähm, eben. Also, das Wichtigste ist vor allem, dass ihr wirklich einen Lohnswerten zum Bauen ausdenkt, zum Beispiel einen roten Clan, einen blauen Clan, oder einen grünen Clan, und, ähm, ihn auch gut beschreibt. Weil ich kann nicht Clans haben, die nicht gut beschrieben werden. Da muss ich dann selber noch, ähm, ja, Knockback brauche ich nicht. Das sind alles Knockback. Ich brauche doch keinen Knockback. Okay, zwei. Zwei nehme ich mit. So. Aber dann haben wir schon wieder zu wenig Platz. Da müssen wir unbedingt das Zeug hier reintun, das wir jetzt gerade nicht brauchen. Ähm, roten Flash für Leder bräuchte ich. Flint brauche ich nicht. Einen Eimer brauche ich nicht. Spider-A brauche ich nicht. Ähm, Emerald brauchen wir nicht. Dirt. So. Und die Sätze. Gut. Weiter. Also, ich denke jetzt mal an einen roten Clan, der recht aggressiv ist. der, ähm, barbarisch ist, der, äh, halt eher mit Holz baut. So ist jetzt mal ein Vorschlag, ein Beispiel. Muss nicht sein. Also, man kann auch den roten Clan anders machen, oder so. Oder einfach ein paar, ähm, Verbesserungsvorschläge für den Clan zu machen, bevor man ihn, also ich ihn dann recht fortgeschritten schon gebaut habe. So. Und es muss, es können wirklich zwei rote Clans entstehen. Das ist kein Problem. Ich werde einfach so so Zonen aus Ding. Ähm, wichtig ist auch noch, welches Biom ich nehmen soll für die Stadt. Für die erste Stadt, oder so. Und, ähm, irgendwann haben wir so viele Sachen, da bin ich wahrscheinlich auch sehr müde vom Bauen. Und, ähm, eben, das Projekt ist auch ein tägliches Projekt, ein Hauptprojekt auf meinem Kanal. Vielleicht wird es sogar noch Champions of Regnum übertrumpfen, bei der Anzahl Parts. Und, ähm, ja, ich fände es richtig toll, wenn es wirklich erfolgreich werden würde, dieses Projekt. Und, ähm, leider nicht Multiplayer, aber eben, ich kann eben wieder Leute einladen. Und, aber die muss ich auch kennen. Ich lade keine Leute ein, die ich nicht kenne, und nicht weiß, was die genau dann machen werden, den Parts. Und, ähm, ein Hexid-Server, also ein Hamachi-Server geht immer. Das kann ich dann immer wieder machen. Und je nachdem werde ich das, ähm, den Server gar nicht mehr, also die Save-Games gar nicht mehr zurücknehmen, wenn es wirklich nicht so gut gelaufen ist. Oder einfach, ähm, wenn es gut gelaufen ist, natürlich übertragen. Dass ich dann im nächsten Part, wenn ich wieder alleine bin, den Save-Game wieder habe. Oder? Also, leider gehen nur vier Leute auf einmal auf Hamachi. außer ich kaufe mir einen Account, der mehr hat dann. Mal gucken. Ähm, sonst, ja, da ist nämlich Meteorite, das ist sehr gut. Ich gehe mal hier rein, weil ich sonst vom Skelett angegriffen werde. so, so, Meteorite, drei Stück brauchen wir. Ja, das geht zum Erbauen. Ich dachte schon, man braucht ähm, eine Dia-Spitzhacke. da drüben hat es auch noch die, äh, ähm, Methode. Was ich machen muss, ist nach oben teleportieren, nachher, damit wir so schnell wie möglich ein Sheet haben. Er sieht mich nicht. so wenig Leben noch, dass er gleich verbrannt wurde. Sehr schön. Weil Skelette natürlich in diesem Mod auch besser sind. Stärker. Also wahrscheinlich ein Skelett sofort töten, ohne dass es schießen kann, geht wahrscheinlich so am Anfang nicht. So. Genug haben wir. Diamanten haben wir eigentlich auch genug. Machen wir zwei Methode-Schilder. Brauchen noch einen. Diamanten haben wir hier auch nochmals. So. Eben das teleportieren mache ich jetzt wirklich nur im Notfall. Ich möchte einfach nicht, dass ich währenddessen hier unten bin, ein Methode unterstützt und gleich meine Farm kaputt macht oder mein Haus, also wo ich mein Haus bauen will. Und deshalb, ähm, manchmal ist das teleportieren nötig. Ich weiß, es ist gecheatet, aber in einem Let's Play sollten manchmal die Wege einfach abgehürzt werden. Es ist eine Abkürzung und nicht eine Ja, ich will unbedingt heim, damit ich hier etwas lagen kann oder so. Das ist eigentlich so etwas, was ich vermeiden will. So. Genug Methoditen haben wir. Jetzt gehen wir nach oben. Ähm, T drücken, genau, und schlafen. Keine Kreaturen hoffentlich in der Nähe. Komm schon, bitte schneller, was ist da immer so langsam. So, also, wir machen hier, ja, eigentlich das Iron R rein. 10 und so, brauche ich nicht. Kopfer. So, wir haben Kobbel, ja, wir haben Redstone, ja. Gut, weiss ich noch, ja, eigentlich ist es einfach, einfach, weil es einfach, einfach geht. So, wir haben ganz viele Schilde gemacht. Eins tue ich jetzt hier hin, ähm, hier hin, und das andere tue ich so ein bisschen südlich, nicht so weit gegen Norden, also, ja, nicht so weit gegen Norden, sonst haben wir das Haus nicht und, ähm, geschützt. Ich denke, hier drauf. So. Wir können dann weiter nördlich nochmal sein machen. Aber ich weiss jetzt nicht genau, ähm, ja, hier am Strand, oder? Oder hier drauf, nein, das ist zu nah, hier am Strand. So. Gut. Hier kommt die Chocobo Farm hin, hier hat sie auch schon Chocobos. Wir können noch ein bisschen Holz farmen für die Zäune. Die Zäune können wir auch im Farmenpart herstellen. Und dann machen wir die Chocobo Farm hier. Wir machen dann auch noch so ein Gebäude, das einfach auf den Seiten offen ist, so eine Art Unterständer, unter, ähm, wie sagt man denn? Ja, wo die Chocobos einfach drunter können, wenn es regnet. So. Machen sie es zwar nicht, weil die KI halt nicht so gut ist, aber, ja, ich verstehe sicher, was ich meine. So. Da ich ja eben Schweizer bin, sind manchmal solche Wörter ein bisschen schwer für mich. Ähm, was sagen wir in der Schweiz? Schami. Wir sagen Schermi, also Schermi heißt eigentlich, ähm, Schutz vor Regen. So. Gut. Ähm, da noch ein paar Bäume. Chocobofedern. Ich weiss jetzt nicht genau, für was wir die Chocobo alles brauchen. Zwei Männchen sind hier, okay. Die Männchen sind mit den farbigen Federn auf dem Kopf. Ich dachte immer, das wären irgendwie so Hutsding. Also das, dass es einfach so eine Art Band ist, oder so. Aber das sind wirklich Federn, bunte Fäden. Die Männchen haben wirklich bunte Fäden am Kopf. wie ja manche Vögel halt auch haben. Und das finde ich cool gemacht. Also genug Chocobos haben wir hier. Hier haben wir auch einen Busch, da können wir auch noch kurz fahren. Das ist ein Weibchen. Sehr gut. Da haben wir ein Weibchen und zwei Männchen. Sehr schön. So. Gut. So. Also, Besenbusch bauen wir im Süden an. Das ist einfach so die schnelle Nahrung, weil die recht schnell wieder nachwachsen, wenn wir wirklich Nahrungsprobleme hätten. Aber ich bin jetzt sowieso immer in einer guten Form. Also ich baue eigentlich immer sehr gut an. So. Was ich noch machen will, sind die Bäume auf dem Berg hier, auf dem Hügel. Ich möchte unten dann diese Höhle lassen. Also diesen Durchgang. und hier noch ein bisschen verzieren und ähm, dieser Berg sieht auch cool drüben aus. Da könnten wir so einen, da können wir den Turm machen oder so. Also mal kurz schauen. Hier haben wir wenig Platz. Dort drüben haben wir länglich. Wir könnten so ein Langhaus bauen oder wir könnten dort drüben das Haus bauen und hier könnten wir das Lager bauen. Machen wir ein Lagerhaus hier oben. Genau. So. Also. Hier alle Bäume weg, damit wir einfach Platz haben, das nächste Mal zum Bauen. So. Jetzt muss ich kurz schauen. Da ist die Höhle. Da ist eigentlich gut Platz. Dann müssten wir eigentlich die Berge hier entfernen, oder? Oder sollen wir ein bisschen höher hier schichten? Wir könnten hier abtragen die Erde ein bisschen zur Hälfte und die Hälfte hier auch höher machen. Dann machen wir so ein bisschen einen Teil künstlichen Berg. Weil ein Haus so schräg zu bauen ist nicht so schön. Oder wie, ja, vor allem nicht so gut zu bauen. Also genug Holz haben wir jetzt. Jetzt haben wir richtig viel Holz. So. Dann haben wir das gleich hier oben auch gemacht mit dem Holz. dann geht es einfach im nächsten Part weiter mit dem Bauen von der Farm und vom Haus. Und ja, dann kommt am nächsten Part Dungeon-Erkundung und so dran. Sehr schön, dass wir hier auch die Güsser schon haben. Wir brauchen einfach einen Sattel noch. Den Sattel muss ich noch kurz schauen, wie der geht. Ich habe leider hier noch eine. Was sind das eigentlich? Sind das Gerste? Sind ähm sind sie? Hallo? Gerste? Ist das Gerste? Ist das ich weiß nicht. Was gibt es eigentlich noch? Gerste und Hafer. Ist das Hafer? Keine Ahnung. So gut ist mein Englisch auch nicht und vom Aussehen sieht es eher aus wie Hafer eigentlich. Sieht eher nach Hafer aus als nach Gerste. Ist Gerste nicht gelb oder brönlich? Keine Ahnung. So, Büsche tun wir hierhin. Gut, sehr gut. Ähm, der Baum noch fern, dann haben wir vielleicht mehr Setzlinge. Drei Setzlinge. Sehr gut. Ich möchte unbedingt das Dunkelholz auch verwenden für das Lagerhaus aber nur in Rohform nicht in Bretter. In Bretter möchte ich gerne eigentlich das Birkenholz verwenden aber das ähm ja das haben wir hier nicht. Ich muss mal kurz schauen. wir gehen noch kurz nach Süden. Wir haben noch ein bisschen Zeit für diesen Part. Das kann auch ein längerer Part sein. Hier hätten wir auch noch ein paar Bären. Das Pferd, das wird tut mir leid, dass es so laut ist, aber verhindern kann ich das irgendwie nicht. Kurz ein bisschen leise stellen zum töten. So. Gut, ihr seht es eben mein Headset ist viel zu laut. Ich weiss nicht, was der Entwickler da produziert hat, aber das ist schrecklich. Headset Entwickler, bitte macht die Headset doch nicht immer so laut. Hey Gott, oh Gott. Ich habe schon auf 1% in der Headset Einstellungen. Dann noch ungefähr nur 20% in der Sound Einstellungen und jetzt Ingame auch nur bei 6% und es ist eben noch viel zu laut. Lieber Entwickler, geht mir ein Headset das nicht zu laut ist. Vor allem das Razer Headset Tire Mud oder wie es heißt, wo ich gekauft habe, das hat wirklich einen schlechten Sound bei mir. Bei meiner Kollegin geht es ganz gut. Deshalb ist es jetzt bei meiner Kollegin die hat es mir abbezahlt und Dankeschön dafür Angie. So. Dann tun wir hier noch die Kirschbäume fällen. Wir könnten auch Kirschholz benutzen. Das ist so ein bisschen weisser als Birkenholz. Ich muss hier irgendwo runter und haltet jetzt die Fresse ihr scheiß Pferde. Genau. Scheiß Pferde. Scheiß Pferde. Scheiß Pferde. So ein bisschen mobben. Gut. Das haben wir auch gesammelt. Jetzt genommen wir noch ein bisschen nach Süden. Da müssen wir leider wieder nach oben. Frechheit. So. Eine Kuhform möchten wir auch noch machen natürlich wegen dem Leder und wegen dem Fleisch. Sieg ist einfach das beste Fleisch. Die beste Nahrung eigentlich. weil man sie oft bekommt dann und auch wie sagt man das so schön weil es hat auch viel Nahrung gibt und Nahrung auch hält sozusagen. So leider wird es wieder Nacht. Wir sollten eigentlich nach Hause ach komm wir teleportieren wieder. teleportieren wir halt uns einfach immer wieder zurück. Es ist ja eben nicht so schlimm es ist einfach zum Zeitsparen im Let's Play sonst müsste ich das zeigen. Da ist ein Minotaur Dungeon sehr schön dieser Höhleneingang dort diesen Ding Eingang hier ist Wüste hier ist ein Creeper hier ist auch so ein Turm der einfach noch innen geht oder wahrscheinlich nicht so so wir gehen hier zum Dungeon Minotun Goldion so nehmen hier noch ein paar Kürbisse mit ja das reicht eigentlich schon M T Schlafen ich bin einfach so ein Luxus Ding ich kann einfach hin teleportieren das ist zwar eigentlich nicht der Plan aber ja am Anfang schon später mache ich das natürlich nicht immer wieder auch wenn wir dann Gold nicht Jokobus haben müssen wir sagen ich machen also bitte es ist können wir schon Kürbiskuchen machen Nö wenn ich R drücke dann ist nur Smelting hm also bringt es eigentlich nicht Kürbis an zu pflanzen schade aber wir machen dann in einem Dorf oder so in einem ja also halb der Stadt oder so machen wir dann einfach ja das muss ich hin drin lassen ähm mache ich dann einfach so ein Feld ja wie ihr kennt von Halloween oder so schönes Kürbisfeld und zum Halloween Klern könnte zum Beispiel auch gemacht werden so jetzt bevor wir noch den Part beenden machen wir jetzt noch die Zäune so da müssen schon genug gemacht werden so dann Zauentore gut wir bräuchten noch ein bisschen Spruce Wood das müssen wir dann im nächsten Part machen und ja das war's mit diesem Part Dankeschön fürs Zuschauen im nächsten Part dann das Bauen und danach wieder das Erkunden dann wieder das Meinen ihr wisst schon also Dankeschön fürs Schauen und ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal euer Drago Tschüss Tschüss